Es wäre nicht so verkehrt, bevor wir hier alle pleite gehen. Äh, Haus, 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 Haus. Hier können wir ein Haus und klatschen. Daher noch eins. Wir haben einfach viel zu wenig Platz. So, jetzt speichert das Spiel gerade noch. Spiel gespeichert. Danke, Spiel, dass du es gespeichert hast. Äh, Haus, Haus. Wer in meinem Sammelsurium an Waren stülbern will, hat jetzt die Gelegenheit. Okay. Unser Trendgut als von der Trenchcoat ist wieder da. Warentransport auf Handelsroute. Negativ. Was heißt denn negativ? Wollte mich jetzt die Verrachtung. Dann noch genügend Sachen. Gut, ich bin mir das eben weg. Zufrieden. Und was haben wir denn eigentlich zu viel? Fisch haben wir zu viel, Kohle haben wir zu viel. Stahl haben wir zu viel, Sand haben wir zu viel. Sand verkaufen wir aber schon. Das ist ja gerade das Problem. Und wir haben zu viel Fisch. Fisch können wir noch zusätzlich verkaufen. Das ist unsere Hauptbase. Das heißt, Fisch einladen. Fisch ausladen. So, jetzt ist es wieder in der 10 Tonne Rohöl. Rohöl, 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 Rohöl. Hier. Hier können wir jetzt nachgucken. Rohöl, Rohöl. Kunststoff 3. Äh, wie heißt es? Pausieren und pausieren. Damit wir wieder ein bisschen, ähm, damit wir wieder ein bisschen mehr bekommen. Äh, damit wir die Aufgabe schon mal erledigen können. Ja. Das ist sehr wichtig. Äh. Können eigentlich hier. Und dann. Da eins hinbauen. Das alles noch schön mit einer Straße verbinden. Und. So. Okay. Jetzt sag nicht, wir haben hier schon wieder zu viel von dem. Von dem Profis haben wir keine. Hä? Ah, Mann, nee, oder? Äh. So. Warnung. Produktion gestabbt. Und. So. Meine Güte. Ist das denn immer so schwer mit euch? Ja, hier können wir eins hinpflanzen. Ja, ja, ja. Warentransport auf Handelsroute negativ. Cool, wir können hier sogar Märchen bauen. Hm, ist ja sehr praktisch. Wollen wir nochmal hier. Dann können wir das abreißen. Ja, ja, ja. So ist das Leben. Das Leben des Brian. Always look at the fly. Size of mine. Ba-dan. Da-dan. 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 Always look at the fly. Und so weiter und so weiter. Handelsroute. Inefficienten. Wieso denn? Wir verkaufen doch genügend. Hier, wir kriegen 3000. Reicht doch. Ich weiß nicht, was ihr habt. Warum? Warum haben wir denn kein Rohöl? Das macht man ein bisschen schneller. Wir wollen heute noch eine Mission fertig kriegen. So. Okay. So. Wow. Ja, das hat sehr viel gebracht. Und jetzt sorgen wir uns schon mal was für unsere Verteidigung. Indem wir... Nee, kriegen Baumaterial. Von was denn? Ah, Munition haben wir nicht. Ja, okay. Das kann ich verstehen. Was ist denn mit dir los? Notwendige Holschopfe werden nicht geliefert. Wieso? Kann mir das mal einer erklären? Cola haben wir genügend. Davon haben wir auch genügend. Auf Handelsroute negativ. Äh. Was? Schiffe auf folgender Route führen keine Aktionen durch. Handelsroute 6. Das ist dieser hier. Das ist der. Der fährt jetzt in der Base, lädt das jetzt alles ein. Und dann fährt er wieder zurück. Und wir gehen langsam wieder ins Minus. Müssen leider die Steuern wieder etwas anheben. Sonst überleben wir das nicht. So. Dann gehen wir auch schon wieder leicht ins Plus. Und wieso kriegst du jetzt hier kein... Worm kriegst du denn bitte keine Kohle? Wir haben doch genügend. Däppchen. Wir haben doch genügend Kohle. Wir haben doch. Wir haben doch komplett voll. Hier, komplett voll. Ich weiß nicht, was du hast. Äh. So, weil jetzt keine Straße dahin fährt. Okay. Sorry. Habe ich nicht gesehen. Habe ich eben nicht gesehen. Es tut mir sehr leid. So. Ich hoffe, jetzt sind Rohstoffe endlich mal wieder unterwegs. Alles wieder ungefähr im grünen Bereich. Wir müssen aber noch ein paar mehr Häuser bauen. Sonst gehen wir in die Schulden. Äh. Ah, hier könnten wir noch ein Haus hinbauen. Und hier. Und hier. Und da. Dann könnten wir hier jetzt noch sowas machen. Alles klar. Ich finde jetzt, es läuft doch schon recht gut. Außer, dass wir hier, äh, keine Fertiggerichte haben. Wir haben, äh, nee. Wir brauchen noch ein Wahrheitszentrum. Genau. Ein Wahrheitszentrum. Wo haben wir das denn her? Ein Wahrheitszentrum. Global Trust, oder was ist das? Ich stelle das Bedürfnis nach Informationen oder der Bevölkerungszuwachsdauer erhöht. Steuereinnahmen für alle Taikuner im Einfluss. Ja, dann können wir uns das auch mal ansehen, wie das so aussieht. Und, ja, hier, mani, 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 mani. Wir wollten auch hier irgendwo noch so ein Teil hinbauen. Hier wollten wir eins hinbauen, genau. Hier wollten wir eins hinbauen. Hier wollten wir. Ja, schön für dich. Willst du jetzt einen Keks haben, oder was? So. Ein Wahrheitszentrum. Natürlich passt das. Wie immer. Ja, kann ich. Haha. Ich bin Houdini. Houdini. Yay, Houdini. Houdini. Boah, noch eine Straße in diesem Weg. Gibt's da wohl gar nicht. So. Und noch das. Und dann können wir auch unser Wahrheitszentrum endlich hinbauen. Nein, hier das. Können wir hier noch ein Haus entpflanzen? Ja. Ich will mal grad was ausprobieren. Ich will mal gucken, wenn ich hier das auf das, auf Global Trust umschalte, ob das auch jetzt bei den anderen ist oder nicht. Ja, das ist auch bei den anderen so. Aber wir wollen ja... Was ist eigentlich hier, das können wir uns auch, könnten wir uns auch einmal angucken. Okay. Global Trust. Das Zeichen von Global Trust ist, äh, dieses komische Tyler. Mehr aber auch eigentlich gar nicht. Das ist ja auch Global Trust, äh, INC, irgendwas, schießt, gestoßen, keine Ahnung. Ah, was wollen wir noch mal? Bauer, wird vor Ort, wollen wir noch? Bauer, 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 Bauer. Hier könnten wir noch ein Haus bauen. Also, wir hätten auch den komischen Ruf da weg. So. Hm, ja. Tada! Warum sind wir schon wieder Minus? Wir versuchen das Beste aus unserer Situation zu machen. Tränke. Wieso haben wir so wenig Spiritus? Gibt's wohl gar nicht. Spiritus. Spiritus. Spiritus und Spiritus. Alles klar. Spiritus. 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 Und Spiritus. Nein, schwierig, schwierig. So. Äh, von hier nach da. Von hier nach hier hin. Okay, du hast, du hast auch schon jetzt müsstest du eigentlich schon Spiritus wieder hoch gehen, oder? Ja, wir haben eigentlich Spiritus, kein Wunder. Wenn wir noch ein Spiritus haben, dann müssen wir noch ein bisschen mehr Spiritus bauen. zum Beispiel, hier können wir noch ein Spiel durchzus setzen. Hier, hier, da hin und hier hin. Wenn ihr noch Vorschläge habt, äh, was wir hier noch verbessern könnten, an unserer Stadt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ja, aber, das hat man auch erledigt. Und das ist also noch mit Straßen verbinden, Straßen, 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 Straßen. Äh, hier ist noch. Hier, da sind die verbunden, ich glaube, nicht hier. Hier, da haben wir noch kein Rohöl. Hier, da haben wir noch kein Rohöl. Hallo. Hallo. Abholen. Deppen. Weil wir keine Lage in der Nähe haben. Natürlich. Ich... Machen so. Das abreißen. So. Alles klar, jetzt hoffe ich auf jetzt. So. so ist das leben minus 400 warum denn weil das unsere wahrheitszentren in gemiesen ziehen oder was wo kann man denn noch was hinbauen könnten jetzt noch hier und da können wir hier auch noch ein bisschen paar städte hinbauen und dann hoffentlich geht es uns dann langsam wieder besser